Leadcon 2022, ich bin hier am Stand von Karst und neben mir steht der Daniel. Und Daniel, du hast uns heute einen neuen IP65 Movie Hat mitgebracht. Ganz genau, und zwar den VL3600iP, das ist das neue Topmodell von Verilight. Wir haben hier eine 1000 Watt LED-Engine mit einem Output von 45.000 Lumen, Blendenschieber, zwei Gobo-Räder, VLFX-Wheel, was ein Animationsrad ist, mit drei unterschiedlichen Pattern. Wir haben eine doppelte Iris, wir haben zwei unterschiedliche Frostfilter und ein High-CI-Filter mit dem CRI-Bonn bis zu 93. Also ein wirklich sehr spannendes Gerät. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt zu dem Movie Hat, schaut am besten einfach auf der Karst-Webseite vorbei, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst.